Hi, das ist jetzt mal ein anderes Video und zwar ich mache auf diesem Kanal hier keine Vlogs mehr beziehungsweise wenn ihr das Video hier schaut auf Munich CarSpotting Bros, da habe ich noch nie Vlogs gemacht. Auf jeden Fall, alle Vlogs kommen jetzt in einem Extra-Kanal, ich habe es endlich geschafft, ich habe einen Kanal gemacht und der ist unten in der Beschreibung oder auch einfach hier oben im Eck, könnt ihr gerne draufklicken, könnt ihr abonnieren. Dann würde mich freuen, wenn ich mal so ein bisschen den Kanal pushen kann, weil der aktuell halt bei 30 Abonnenten ist und es ist ein bisschen frustrierend für 30 Abonnenten ein Video zu machen. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, das würde mich sehr unterstützen. Liked gerne auch die Videos, das hier muss nicht geliked werden, das ist nur eine kleine Info. Und ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch auf meinem neuen Kanal zu sehen. Ich lade dieses Video hier auf all meinen drei anderen Kanälen, also Nication, Nication CarSpotting und Munich CarSpotting Bros hoch. Also nicht wundern, wenn ihr das hier doppelt seht. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, wir sehen uns auf meinem neuen Kanal, Nication Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.